Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS25 News. Am heutigen Tage ist eine Preview erschienen bezüglich der Wasserbüffel. Darauf gehen wir auch gleich direkt ein. Ansonsten gibt es auch einen kleinen, ich nenne es mal Hinweis, oder Hinweis nicht, auch mit hier im Blog-Eintrag. Man kann so ein bisschen sehen, wie wird so eine neue Tierart erstellt. Wem es interessiert, der kann es sich gerne nochmal nachlesen. Ich konzentriere mich hier nur auf eben einmal auf die Wasserbüffel, denn hier gibt es so zwei, drei Kleinigkeiten, die sehr interessant sind. Abgesehen davon, ein paar schöne Screenshots, wie sieht der Büffel überhaupt aus. Es gibt hier auch so ein paar, ja erstmal so ein paar Grundinformationen. Süd- und Ostasien zu Hause, findet man theoretisch auch auf irgendwelchen sogenannten extensiven Flächen oder extensiven Weideflächen auch in Deutschland. Also es ist nicht nur Asien. Also schon mal für die, die sich gerne beschweren, von wegen, was wollen wir damit. Dann gibt es hier unten den Satz, dass Weidevieh das Gras auf den Feldern frisst, nicht nur die Wasserbüffel. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr schöner Hinweis, denn es gibt somit, wenn ich es richtig verstehe, Animal Grazing, nun standardmäßig im Spiel. Ist ein schönes, kleines Gimmick, bin ich auf alle Fälle sehr gerne mit dabei. Ja, ansonsten, Wasserbüffelmilch lässt sich auch verarbeiten. Hier unten haben wir eine Mozzarella-Palette. Das wäre ein Produkt, was du daraus herstellst. Ich kann jetzt nur nicht sagen, ob die Wasserbüffelmilch quasi, ja, wie formuliere ich es am besten, ob die entweder erst als, ja, wie sie ein Wasserfass, ähm, ja, zur Molkerei gefahren werden muss, bevor es dann hier abgepackt wird, wie man es hier sieht, oder ob das als Palette entspawnt. Gut, das würde mich persönlich jetzt gerade interessieren, ich denke mal, das ist jetzt die abgepackte Variante, wo du dann kleinen Geldfinanziellen Bonus eventuell kriegst, denn, das sieht mal aus wie ein eher ganz normaler Kuhstall. Also von daher, wobei, wenn ich jetzt überlege, müssen wir den Kuhstall hier vorne ein richtiges Fressgitter haben? Okay, das ist dann jetzt vielleicht doch nochmal die Frage, ob es nicht doch vielleicht sogar ein eigenständiger Stall ist. Da müsste ich mir den Standard-Hörmann-Stall vielleicht nochmal eben angucken, wie der eigentlich aufgebaut ist, weil, äh, normalerweise müsste ich hier eigentlich vorne ein komplettes Gitter dran lang gehen, weil, ich sag mal so, äh, dann würde man das Futter wahrscheinlich woanders ablagern. Sehe ich jetzt mal so. Äh, müssen wir vielleicht nochmal gucken. Ja, ansonsten, auch ein schöner Screenshot. Sprechend mit den Wasserbüffeln. Und hier kann man es an sich auch gut erkennen. Hinten ist das Gras schön lang, hier ist es ein bisschen kürzer. Also, natürlich, ob das eventuell auch einfach nur die Weide-Gras-Textur im Allgemeinen ist, sei mal hingestellt. Kann auch sein, dass das hier quasi so sieht abgeschnittenes Gras aus. Oder abgeschnittenes Gras im Wachstum und dann, äh, wird das nach und nach klein gefressen. Ja, ansonsten, äh, ich muss auf jeden Fall sagen, ziemlich hübsch gemacht. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Wird es auf alle Fälle machen. Oder es muss auf jeden Fall mal ausprobieren. Also, von daher, es hat schon was. Es hat schon was. Und es ist halt auch mal irgendwie ein bisschen was anderes. Klar, irgendwo dasselbe, aber doch auch wieder etwas anders. Also, da freue ich mich auf alle Fälle sehr drauf. Und ich setze jetzt mal eben kurz einen kleinen Cut, denn es ist die Tage im Bereich der englischen YouTuber auch was Neues erschienen bezüglich der Fruchtsorten. Also, bis gleich. So, nach dem kleinen Cut sind wir nun hier bei einem Video von Pharmacop. Und hier kann man Folgendes sehen. Crop-Type Green Beans. Also, grüne Bohne. Hätte ich schon gar nicht mehr mit gerechnet. Aber, sie sind nun offiziell. Oder inoffiziell, offiziell. Also, da muss schon viel passieren, dass die jetzt nicht mehr kommen. Ansonsten. Wenn man hier ein bisschen durchschaltet. Da haben wir es schon. Peace. Erbse. Somit auch offiziell, oder? Wie eben die Bohne. Inoffiziell, offiziell. Also, auf jeden Fall eine sehr schöne Wahl bei den Fruchtsorten. Finde ich auf jeden Fall gut. Ja, ich würde auch sagen, das war es auch mit den großen Neuheiten, die jetzt angekündigt wurden. Zwei Fruchtsorten hat man jetzt mehr oder weniger dann so mit gesehen und dazu auch noch eben eine kleine Preview zu den Wasserbüffeln mit einem kleinen Extra-Feature. Also, ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Tag. Ich würde sagen, das war es jetzt auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.